und damit herzlich willkommen auf meinem kanal und ja heute sind im hintergrund ein 25 oder 27 0 erst und dann werde ich natürlich gekillt ist natürlich klar dass ich wieder von nuklear sterbe aber so ist das und aber echt das war eine richtige runde von mir ich stand zur halbzeit an die das muss das 27 0 gewesen sein weil ich hatte auch einmal 25 0 auf eva und dann zur halbzeit habe ich einfach alles zerstört was mir in den weg kam ich glaube ich hatte 25 0 zur halbzeit ja ohne scheiß da wäre beinahe sogar double nuclear hätte ich die erste geschafft vielleicht sogar drin gewesen wäre aber natürlich wäre ich erst mal zufrieden wenn ich überhaupt erst mal den nuklea erspielt und ja das gibt es zum gameplay zusammen natürlich mit der guten und alten vmp schnellfeuer magazinerweiterung lv visier und ich weiß nicht ich glaube die er machte 7 als oracle waffe anwitz benutzt ich halt nicht so krass viel viel und ja wenn euch das video gefallen hat wirklich wie immer über einen daumen nach oben freuen ich bin raus leute ich würde den beat ein damit das nicht so lang weich ist und ja schreibt auf jeden fall mal ein paar fragen die ihr von mir wissen wollt sind in die kommentare bei fällen werde ich einfach mal so einfach kuh machen und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal leute haut da rein und tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute.